Moin Leute, willkommen zu den neuen Pokémon News. Wie jeden Dienstag ab 13 Uhr gibt es die News zu Pokémon GO, Unite, Kamezino, Purpur und all sonstigen Sachen, die in der Welt von Pokémon passieren. Wir starten jede Woche auch, würde ich sagen, hier mal mit Pokémon GO. Aber vorab, Leute, möchte ich eine Sache sagen. Wenn ihr Bock habt auf Merch von mir, also Cappy, allem drumherum, gibt es hier auf der Seite, die Sachen laden noch, ich habe eben gerade das eingerichtet, gibt es für den neuen vier Logos mit den verschiedenen Farben jetzt das Merch, also blau, grün, blau, grün zusammen und rot wegen meinem zweiten Kanal. Es wird alle Sachen mit der Zeit auch, also es wird alle Sachen in allen Farben gehen. Also wenn ihr irgendwas seht und seht, das gibt es noch nicht in eurer Farbe, dann dauert das nur, sagen wir mal, im Laufe des Tages, bis alles aktualisiert ist, die Seite braucht ein klein bisschen. Link in der Beschreibung, wenn ihr Bock habt. Auf so, gehen wir zu Pokémon GO, Leute. Pokémon GO hat ein paar Events, die die Woche auslaufen und starten. Also heute noch an dem Tag, wo das Video online geht, könnt ihr noch die Weltmeisterschaftsaufgaben machen. Ab Mittwoch endet Mega-Garados und Kreselia, die sind dann weg. Ab Mittwoch, schon Mittwoch ist Garados und Kreselia weg. Ab Donnerstag ist dann das Great League Ultra, das Event weg, also das PvP-Event. Dann haben wir neu die Woche, fangen wir mit den neuen Sachen direkt an. Wir lose sie in seiner Rage-Stunde, Rage-Stunde, Fang-Stunde. Ab 18 Uhr, wo das Video online geht, mit doppelter Fang-XP. So, dann startet direkt schon am Mittwoch Mega-Brutalander in die Raids und auch Cernias und Ivelthal in die Fünfer-Raids und auch direkt eine Cernias-Rage-Stunde. Das heißt also, am Mittwoch, wenn die rauskommen, habt ihr direkt auch schon abends eine erste Raid-Stunde. Dann startet der Master League and Fantasy Cup am Donnerstag. Das Pokémon-Go-Fest in New York, aber das ist wahrscheinlich nur für die Interessanten, die in New York wohnen. Und ich weiß nicht, wenn ihr in New York wohnet, schreibt mal gerne einen Kommentar. Und das Noxios Swamp-Event startet. Das ist das hier, das giftige Sumpf-Event. Es startet vom 19. und geht bis zum 22. Besonderheit ist eigentlich hier, dass Algit zum allerersten Mal in Shiny auftaucht. Sonst, die Pokémon, die sind halt hier im Wildspawn. Auch Balgoras ist ganz interessant. Der kam ja vor kurzem erst in Shiny dazu. Hier könnt ihr auch schon wieder Balgoras fangen. Die Raids haben wir ganz normal, also ein paar Pokémon dabei. Ich glaube, nichts krass ausgefallen ist. Tortunator kam auch vor kurzem erst rein, auch hier in den Raids. In den Crypto-Raids dürfte jetzt auch nichts Besonderes Neues sein. Bonis habt ihr doppelte Fangbonbons, das ist ganz cool. Team Rocket-Ballons erscheinen häufiger und einen kostenlosen Raid-Pass pro Tag am drehen. Und durch die Feldforschung, die ihr währenddessen habt, könnt ihr auch hier zum Beispiel ein Algit bekommen, ein Dratini bekommen, also einige Pokémon auch mit Shiny-Chanks. Und eine kostenlose, befristete Forschung. So. Das ist im Großen und Ganzen das, was eigentlich für Pokémon Go ansteht. Relativ viele Events, die jetzt kommen. Ich freue mich ein bisschen auf Cernias und Mega-Bruterlander. Da wird es wieder Videos auf TikTok geben. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Da lade ich auch immer so kurz Videos in Shorts hoch oder halt auch auf YouTube in diese Kurzvideos. So. Gehen wir über zu Pokémon Unite, Leute. Pokémon Unite hat aktuell immer noch das zweijährige Event laufen. Da startet jetzt direkt demnächst der zweite Teil. Ähm, der zweite Teil mit Mewtwo Y, also der zweite Teil vom Event, startet am 17. August. Mal nochmal ganz kurz nachgucken. Äh, also da geht auf jeden Fall der zweite Teil los. Was noch mit drin sein wird, kann ich euch nicht sagen. Also abwärts gerangelt auf jeden Fall die nächste Runde. Das steht auch irgendwann schon mal ingame. Was sonst noch kommt, aktuell keine Info. Sobald da irgendwas kommen sollte und es wirklich was krasses, wird es auf jeden Fall nochmal ein Video geben. Keine Sorge. Ähm, geht dann auf jeden Fall online. So. Dann würde ich sagen, ähm, haben wir noch als News. Hier läuft's gerade. Logok kommt als nächster Charakter. Nämlich im September. Dauert noch ein bisschen, bis er kommt, aber zumindest kommt er. Wir sehen, Logok ist der nächste am 14. September. Genau. Und dann kommt Mimikma und Maskagato in Pokémon Unite. Also auch schon bald auf jeden Fall. Ja. Sehr nice. Freue ich mich drauf. Hab auf jeden Fall richtig Bock. Logok könnte ganz geil werden. Aber mal gespannt, was, wie gesagt, ab dem 17. mit dem zweiten Teil des Events auf jeden Fall als nächstes startet. So. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Kamesin und Popo, Leute. Ja. Kamesin und Popo hat jetzt, abgesehen von kleinen Gerüchten und Leaks, wie sobald dem 19. Terra-Typ, wo ich ein Video zugemacht hab, oder auch die Sachen zu den DLCs. Das sind ja alles so gesehen keine richtigen News, sondern das sind ja auch eher so, ja, schon News, aber die sind halt jetzt noch nicht aktuell so im Vordergrund. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt und wollt euch das angucken, ich hab hier zum Beispiel ein Video hochgeladen zum 19. Terra-Typ, auch zu den Mojis, zu generell der Ankündigung, den neuen Foto-Modus, also alle so Sachen, die halt im Endeffekt angekündigt worden sind, hab ich auf jeden Fall schon mal ein Video zugemacht. Also schaut da auf jeden Fall gerne rein. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass das nächste Vorbereitungsevent von Mewtwo startet, nämlich wertvolle Unterstützung ab dem 18. bis zum 31. August. Da bekommen wir in die Raids Hytera, Silimbrim und Olangar. Also Hytera bleibt, wird das gleiche droppen wie jetzt auch. Und Silimbrim und Olangar werden wahrscheinlich gewisse Gegenstücke droppen zu Xerox und Trikephalo. Die haben ja zum Beispiel, du hast die Schwertanz jetzt gedroppt, Protein. Ich geh von aus, die werden wahrscheinlich sowas wie Verteidigung droppen, Lichtschild, supportende Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Weil das waren alles Damage-Loot und das hier wird wahrscheinlich Support-Loot sein. So, das wird wahrscheinlich der Unterschied. Aber es wird nochmal Videos geben, sobald die dann da sind, was sie droppen. Und auch sehr wahrscheinlich, wie halt hier, so Solo-Taktiken, One-Shot-Taktiken, wie ihr die einfach sehr easy farmen könnt, werde ich auf jeden Fall hochladen, sobald wir wissen, was halt wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das ist ganz wichtig. Ich teste das vorher. Hytera bleibt auf jeden Fall. Das heißt, Hytera könnt ihr alle One-Shotten, könnt ihr euch gerne das Video angucken. Habe ich hier hochgeladen gehabt. Die Taktik, wie man mit allen Hyteras die Pokémon One-Shottet. So, Leute, bevor wir weitergehen, erst einmal mal ganz kurz ein bisschen was zu den Partnern auf dem Kanal. Es gibt einen Discord, auch von mir, aber auch von einem Partner-Discord, vom Galaxy-Pokémon-Discord, auch da. Schaut mal gerne rein. In der Beschreibung findet ihr meinen Discord, aber auch den hier Discord. Schaut da mal gerne rein. Das ist ein cooles Pokémon-Discord, wo ihr auch viele Leute trefft. Habe ich interessant für euch. Guckt mal rein. So, zum Pokémon-TCG gab es auch ein paar News, aber die fand ich noch ein bisschen zusammen, weil da war es ein bisschen viel. Es kommt ein neues Set. Wir bekommen die Paradox-Pokémon in die Karten rein, die hier oben halt dann sowas drin ist und haben wie Vergangenheit und Zukunft mit einer neuen Spielmechanik, soweit ich das verstanden habe. Auch relativ coole Artworks auf jeden Fall mit dabei. Das kommt als nächstes. Dann wurden ein paar Decks angekündigt, wie zum Beispiel das Starter-Deck mit Kristall Mewtwo zum Beispiel hier oder halt auch Scalocroc. Dann wurde zum Beispiel also Raging Surf, das ist die aktuelle Kartenliste dazu. Also ein paar neue Sachen. Hier zum Beispiel für Paradox-Rift wurde schon in die Top-Trainer-Box angekündigt, wie die aussieht. Das sind auf jeden Fall ein paar neue Sachen im Bereich von Pokémon. Ich sehe gerade, dass die Kamera bei mir ein bisschen geflackert im Video. Tut mir leid, wird im nächsten Video nicht mehr sein. Ich muss noch was am Overlay ändern. Deswegen habe ich hier dieses Flackern drin. Tut mir auf jeden Fall leid. Ich hoffe, das hat nicht zu sehr gestört. So. Noch haben wir neu bei Pokémon TV. Könnt ihr die Serie Pokémon der Fahrt zum Gipfel euch angucken. Das ist auf jeden Fall eine neue Serie. Die ist kostenlos für alle. Das ist die erste Folge. Der Club kann man sich angucken. Dann würde ich sagen, Leute, an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und ja, dann bis denne und ciao.